Und der vorerst letzte gemeldete Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist Joachim Schnabel von der ÖVP. ... anerkannt wurde, dass es wesentlich mehr Geld, mehr Mittel für den Klima- und Umweltschutz gibt. Ich kann auch zusammenfassen, dass es manchen nicht schnell genug geht. Die Freiheitliche Partei sagt, es soll in einem Jahr der Klimaschutz umgesetzt werden. Die SPÖ, die Frau Kollegin Herr, sagt, sie findet die Klimaschutzmilliarde nicht im Budget. Hier eine Zusammenfassung, die uns das Finanzministerium zur Verfügung gestellt hat. Wir haben in Summe im Budget 2021 eine Milliarde 856,6 Millionen für umwelt- und klimarelevante Ausgaben, die hier zur Verfügung stehen. Und weil der Herr Kollege Hafenegger sagt, wir tun von Seiten der ÖVP nicht danken den grünen Ministerinnen und Ministern, dann sage ich hier eingangs ein herzliches Danke auch von meiner Seite. Weil mit Ihrem Engagement und Ihrem Einsatz ist vor allem, was den Bereich, den Schienenausbau betrifft, hier ganz, ganz viel Elan dahinter. Danke auch namens meiner Region für die Weiterführung des Kolm-Ausbaus, aber auch neu für die Elektrifizierung der Graz-Köflach-Bahn. Und da ist nun im ÖBB-Rahmenplan der zweigleisige Ausbau der Südbahn bis zur Staatsgrenze nach Slowenien mittels Planung und Projektierung vorangetrieben wird. Und der Herr Kollege Rauch hat gesagt, die ÖVP verhindert jegliche Klimaschutzmaßnahme und vor allem auch das 1-2-3-Ticket verhindern wir. Dann würde ich doch bitten, nach Oberösterreich zu schauen, zum Herrn Verkehrslandesrat Steinkellner aus Ihrer Partei, der sich auch hier sehr kritisch und dagegen äußert. Machen Sie dort Ihre Haufausgaben und überzeugen Sie Ihrem Verkehrslandesrat, dass er hier mit dabei ist und vielleicht als First Mover hier mit an Bord ist. Ganz kurz noch, wir reden hier in der Debatte von Riesensummen. Was heißt das im Kleinen für unsere Menschen in Österreich, für die Besitzer von Häusern, Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern? Wir müssen in die Sanierung ganz, ganz viel Geld ausgeben. 650 Millionen Euro sind hier veranschlagt. 100 Millionen Euro, wie es der Kollege Hammer gesagt hat, eben für die sozial Schwachen. Mit der Dämmung von Außenwänden, den Dächern, den Decken, den Tausch von Fenstern auf energiesparende Elemente tragen wir pro Haushalt 9.000 Euro bei. Geschätzte Damen und Herren, die raus aus Ölaktion von der Bundesministerin Köstinger ins Leben gerufen haben, mittlerweile 14.000 Haushalte in Anspruch genommen. Und hier sind sehr, sehr viele Mittel, 142 Millionen im nächsten Jahr und im Budget fahrt weitere 200 Millionen dann pro Jahr veranschlagt, damit man raus aus diesen Ölheizungen kommt. Es gibt auch zusätzliche Mittel für den Photovoltaikausbau. Das ist ganz wichtig. Hier möchte ich anregen, dass es, wo es schon Photovoltaikanlagen gibt auf Einfamilienhäusern, dass es auch für eine Zweitanlage eine Förderung gibt, weil das sind meistens die Menschen, die eine Affinität haben und hier auch weitermachen würden. Mit der Förderung der Elektromobilität und der Speicherung kann somit jeder Haushalt in der Höhe von 20.000 Euro hier Bundesförderung, die noch von Ländern und Gemeinden aufgestockt werden, profitieren. Und wer hier investiert, investiert doppelt und hilft doppelt in den Klimaschutz, aber auch in die regionale Wirtschaft, weil hier sind regionale Betriebe tätig, die mit ihren Arbeitsplätzen und ihren Mitarbeitern von Ort ganz einfach die Leistung erbringen und somit die Regionen stärken. Vielen Dank.